So, Harley Wurtig, heute mobil und zwar am 8. Dezember 2018, es ist 14.30 Uhr, ja wir haben 26 Grad. Wir haben keine Wolke am Himmel, wir haben keinen Wind und am Meer haben wir auch keine Wellen. Ja, der Weg hier am Barranco Richtung Golfplatz von Maspalomas, Cambo International. So, hier der Golfplatz. So, mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann wieder. Und sagen bis morgen, hasta mañana.